Servus, grüß euch, ich bin's der Michael Nikolas, euer Herr Barrister-Macher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gerne mal ein bisschen was zeigen und zwar, wir sind Fachhändler. Und was ist denn eigentlich ein Fachhändler? Und wir unterscheiden uns von einem Online-Händler. Ich glaube, dass das eigentlich ganz gut und leicht zu erklären ist. Das heißt, wenn ihr zu uns kommt und ihr wünscht euch eine Kaffeemaschine, eine Espresso, einen Feuerautomaten, kommt ihr in der Regel zu uns. Wir reden miteinander, wir quetschen euch ein bisschen aus, wie eure Kaffeegewohnheiten sind, wie ihr es hier trinkt, was ihr gerne trinkt, was für eine Maschine, die ihr euch gerne wünschen würdet und in welche Richtung ihr später noch weiter gehen möchtest, vielleicht in die Barrister-Richtung oder so. Und dann findet man eigentlich mit einer sauberen Beratung die perfekte Maschine für euch und verkaufen euch die natürlich auch dementsprechend, das ist ja ganz klar. Aber so läuft der Fachhändler. Das heißt, ihr kommt zu uns vorbei und mir ist es total egal, ob es eine Stunde oder zwei Stunden dauert, aber wir schauen, dass wir euch als Fachhändler, als Old-School-Fachhändler so gut beraten, dass wenn ihr rausgeht, dass ihr wisst, was ihr Kaffeemaschine hat, in welche Richtung das geht und ihr wisst eigentlich sehr viel über die Maschine. Also nicht bloß, dass außen schön glänzen tut, sie glänzen schön, sondern auch die inneren Werte. Und da macht sich ein Fachhändler, da ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Online-Fassaden und einem Online-Händler und einem Fachhändler. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit für euch. Wir können keinen Online-Preis halten, das ist auch ganz klar und das wollen wir in dem Fall auch nicht, weil wir dafür da sind und das machen wir jetzt im 18. Jahr. Wir sind für euch da. Wir werden euch reparieren, wir werden euch servicieren und wir stecken euch bei, wenn irgendwas, wenn der Espresso nicht gescheit passt. Ich glaube, dass die Seite auch ganz interessant ist und da stecken wir natürlich auch hauptsächlich draus. Das ist unser Hauptbestandteil als Firma. Wir werden, heuer sind es 18 Jahre, im 18. Jahr Maschinen reparieren. Das heißt für euch, jede Maschine, die ihr bei uns kaufen könnt, können wir von innen. Reparieren wir auch, wie gesagt, im 18. Jahr schon und wenn man was verkauft, muss man sich auch da innen drin genauso auskennen, wie wir halt eben außen drumherum auch. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir euch das ein bisschen zeigen. Aber wir sind Fachhändler. Das heißt, wenn Sie bei uns was kaufen, da geht es nicht um einen Online-Preis und um das letzte 50erl günstiger oder sonst was. Natürlich ist ein Unterschied. Aber ihr seid, wenn mit eurer Maschine was feucht, geht es ja zu uns her, stellt es sich am Tresen hin und sagt es, Michi, deine Techniker sollen sich bitte darum kümmern, die sollen das reparieren. Und seien wir ganz ehrlich, wenn eine Maschine 38 Kilo wiegt, wie dieses Prachtstück oder die da zusammengebaut, auch 18 Kilo, dann schickt sie das niemals mit einem Götterboten irgendwo durch die Weltlandschaft, durch die Welt durch und hofft, dass irgendwo hoffentlich heil ankommt und hoffentlich gut repariert wird und dann wieder mit dem Götterboten zurückkommt. Das macht man, glaube ich, nicht. Oder ich weiß auch nicht. Das müsst ihr ja wissen. Aber ich glaube, ich hätte ein schlechtes Gefühl. Und für das sind wir eigentlich da. Das heißt, ihr kommt zu uns vorbei. Und das ist das Wichtige, was ein Fachchen raus macht. Die Reparatur. Wir sind für euch da, ihr stellt die Maschine hin und wir reparieren sie natürlich für euch. Setzen sie den Stand, helfen euch, wir stellen euch die Maschine durchaus einmal in die Barista-Schule auf und helfen euch zum Beispiel bei Milchschäumen oder bei anderen Extraktionsfragen. Dafür sind wir da. Und ich glaube, das zeichnet uns ein bisschen aus und ich möchte, dass das gerne ein bisschen publiker wird, weil wir uns wirklich gern von einem Online-Händler ein bisschen absitzen wollen und auch deren und natürlich auch sind, weil wir da drin alles reparieren. Kommt vorbei, wir haben bei uns am Dresen, wir haben das ja so eingereicht, dass ihr über die gläserne Scheibe, die gläserne Reparatur halt dann auch seht, das heißt, ihr seht auch uns und auch die Techniker drüben beim Reparieren. Wir schicken nichts weg, wir reparieren alles da drin bei uns vor Ort in Erlstedt und so gehört es sich eigentlich auch und so soll es auch eigentlich sein. Das heißt, Fachhändler, ihr kriegt bei uns eine saubere, gute Maschinentechniker, weil wir die Maschine auch von innen kennen, werdet ihr bei uns ja auch im Verkaufsgespräch nicht gesagt bekommen, dass die Maschine schön glänzt, das seht ihr ja selber auch, sondern tatsächlich geht es mir dann beim Erklären auch gerne einmal um die inneren Werte, die Temperaturbeständigkeit, die Aufheizzeit, lauter sicheren Geschichten, was dann für euch in der Praxis natürlich dann ganz praktisch ist. Für das sind wir Fachhändler, für das sind wir gerne eurer Fachhändler. Wenn ihr also ein Problem an einer Maschine habt, wir reparieren mittlerweile jede Marke, jedes Modell und jede Variante, also ob Feuerautomat oder Siebträgermaschinen, bis hin zu Gastro- und wendigen Geräten, sind wir eure technischen Ansprechpartner oder wären wir sehr gern. und wollen da gerne ein bisschen bekannter werden, weil ich glaube, dass das Reparieren einfach wichtig ist. Ich darf kurz angeben, meine älteste Maschine ist 42 Jahre alt, natürlich auch ein Siebträger und der läuft wie ein Gleckerl wird am ersten Tag. Ich habe auch noch eine mit 34 Jahren, die läuft ebenso gut und was gibt es denn Schöneres, als wenn euch eine Maschine, wenn ihr eine Maschine kauft, kostet auch ein bisschen Geld und die lebt euch 15, 20, 30 Jahre aufwärts und so soll es doch eigentlich auch sein. Das war es so bei Gwinn, eine kleine Aufklärung von uns. Wir sind eure Fachhändler, wir wünschen uns das gern, dass ihr bei uns vorbeikommt und wie gesagt, wenn ihr ein technisches Problem habt, sind wir für euch da. Das war es so bei Gwinn, ich wünsche euch einen schönen Tag. Servus, für euch.